FIFA 17, Folge 5. Willkommen zurück. Was mir aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wir, glaube ich, ein bisschen, ich würde sagen, fast zu viele Stürmer haben, weil ich habe jetzt Rashford ein Angebot gemacht, dann wüsste ich noch einen Stürmer, dem ich wahrscheinlich ein Angebot mache, dann sind es schon zwei mehr, dann haben wir nämlich die zwei, die zwei, die ich quasi kaufen möchte, Murphy ist dann fast schon zu viel, vor allem ist Murphy 33, das ist mir ein bisschen zu alt, dann gibt es noch Perez, also das sind ein bisschen viele. Das Problem ist natürlich, ich würde jetzt Murphy eigentlich verkaufen, aber der ist frisch in den Verein dazu gestoßen und das bringt ja nichts, also das geht ja nicht, man kann den im Halbjahr dann verkaufen, aber vorher halt nicht. Was mir übrigens auch noch aufgefallen ist, das kann ich euch mal zeigen, wie gesagt, ich habe Offscreen mal kurz reingeschaut, es gibt, ich gehe das jetzt einfach mal kurz da durch, es gibt keinen einzigen vernünftigen Freistoßschützen im Team und das ist eine Sache, die ich irgendwie nicht so mag. In FIFA 17 haben sich die Freistöße zwar verändert, also ihr kennt ja vielleicht mein FIFA 15 Freistoßvideo, aber in 17 komme ich da noch nicht so ganz drauf klar, ich habe das Gefühl, man schießt immer gleich, aber die Bälle sind immer anders, keine Ahnung warum, obwohl man die gleiche Stärke und alles gleich macht. Also Shelby kann ganz gut Freistöße mit 73 Präzisionen, aber hat halt kaum Effet, dann gibt es ihn hier, aber der ist halt immer noch ausgeliehen, der gehört ja so gesehen nicht mehr uns und es ist okay von den Freistößen, aber überragend ist es jetzt auch nicht. Bei ihm weiß ich auch nicht so richtig, ob ich ihn nicht vielleicht doch noch zurückpfeifen soll, ob wir ihn nicht brauchen können. Er hat jetzt wieder zum Beispiel nicht genug Effet und so zieht sich das eigentlich durchgehend durch. Der Einzige, der es halbwegs kann, ist Perez, aber auch mit 71 Präzisionen und aus dem einen Stürmer, der Freistöße schießt, ich weiß nicht so recht. Wenn er doch mal einen Kopf hinhalten muss, ist es dann wieder blöd. Das heißt also, wir haben eigentlich gar nicht wirklich einen Freistoßschütze. Und deswegen hatte ich mir überlegt, ich setze vielleicht meine Scouts mal drauf an, weil da bin ich ein bisschen überfragt, oder wie man sagen will. Ich setze meine Scouts mal drauf an, zusätzlich zu dem vielversprechenden Zomm, den ich als Jugendspieler vielleicht noch holen wollte. Setze ich mal drauf an, die Position ist mir egal, aber einfach mal einen Freistoßspezialisten, dass die mir einfach mal einen suchen. Das Alter und der Vertrag ist mir eigentlich auch Wurst, also es kann auch ein älterer sein. Hauptsache, wir haben mal einen vernünftigen Freistoßspezialisten, das ist mir wichtig. Ich muss mal gucken, wie es mit den Scouts überhaupt aussieht. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht, das habe ich nämlich vergessen, wieder loszuschicken. Dann mache ich das mal. Dann soll er mal nach, ich würde mal sagen, nach Deutschland gehen zum Scouting. Das ist schon mal ein Anfang. Er geht dann einfach nach England, würde ich sagen. Okay, er ist zwar nur ein Drei-Sterne, aber so ist das jetzt halt. Und ich würde sagen, ihn schicke ich dann noch nach Italien oder sowas. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja, oder Spanien. Spanien oder Italien? Machen wir mal Italien. So, das ist schon mal etwas. Ich bin auch mal gespannt, was die Jugendarbeit sagt, also dass es dann irgendwie demnächst schon mal losgeht. Ich meine, noch ist er ja am Netzwerk einrichten. Ich würde auch einen zweiten einstellen, aber da ist dann wirklich die Kohle zu wenig. Apropos Kohle, also was ich natürlich auch, ist mir jetzt auch offscreen aufgefallen. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass ich vorhin mal kurz reingeschaut habe. Oder vorhin war es nicht, die Tage mal kurz reingeschaut habe, weil ich dachte, wo war ich eigentlich? Ich wollte mich halt quasi ein bisschen vorbereiten. Und ja, was mir halt gleich aufgefallen ist, aber das liegt ja eigentlich auf der Hand. Wir haben einfach zu viele Torhüter. Also, wir haben jetzt Donnarumma gekauft, was ich ja immer noch ziemlich cool finde. Vor allem, das war ein Schnäppchen für 8 Millionen. Und Sells wird unser Ersatz-Torwart, aber das war es schon. Klar, Woodman, Darlow und Elliott, die haben wir sowieso auf der Transferliste. Aber Tim Krul, der ja eigentlich bei United der Stamm-Torwart war, also seid mir nicht böse, aber den braucht kein Mensch mehr. Also, das ist, deswegen dachte ich mir, ich investiere diese halbe Million und hole ihn zurück und setze ihn aber gleich auf die Liste. Weil das Geld können wir besser einsetzen. Also, vielleicht zahlt mir einer 10 Millionen oder so, vielleicht habe ich ja Glück. Denn, ja, das wäre mir dann schon recht, wenn der dann irgendwie... Ich glaube, der hat sogar die 1. Ich habe doch das letzte Mal überlegt, so nach dem Motto, wer hat denn die 1 überhaupt? Weil sie Donnarumma gleich die 1 gegeben haben. Ich glaube, Tim Krul, ja genau. Der hat nämlich, glaube ich, grundsätzlich die 1 getragen, weil er eigentlich auch die Nummer 1 ist. Klar, hier im Büro steht natürlich, dass Tim Krul zurückgekommen ist. Das tut mir natürlich leid für Ajax, ja, nicht wirklich, aber dumm gelaufen. Aber wir müssen einfach unser Budget ein bisschen erhöhen, denn momentan sieht das ein bisschen dünn aus mit 11 Millionen. Vor allem, wenn ich Rashford für 10 jetzt, also geboten habe, dann, ja, wird kompliziert. Weil ich da gerade meinen Typen noch sehe, den ich ausgewählt habe in der ersten Folge. Was mir auch gefallen hätte, ich glaube, ich weiß nicht, bei welchem Pro Evo es war, war es irgendwie 13 oder sowas? Oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Kann sein. Da konnte man seinen Trainer sogar quasi ein bisschen editieren. Also fast wie bei Be a Pro oder Pro League oder wie das heißt hier in FIFA. Also, du konntest ja richtig die Frisur auswählen und die Kopfform und die Nase und so. Das wäre auch cool gewesen. Klar ist es nicht so wichtig, aber es wäre ein cooles Feature gewesen, zumindest ein bisschen was zu ändern. Vielleicht die Haare oder, ja, aber das nur am Rande. Ja, ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal die Woche weiter sausen. Denn es gibt hier eigentlich erstmal nichts zu tun, außer abzuwarten, was jetzt zum Beispiel Rashford und diese Jungs jetzt dann sagen. Oder dieser Junge, also ist ja nur einer. Ich habe zwar noch vor, mehr zu holen, aber ich belasse es mal bei Rashford. Obwohl, ich könnte eigentlich auch noch, das ist halt die Frage, ich darf auch nicht zu langsam machen, weil ich will natürlich noch mehr holen. Ndidi und Bayley oder was ich da noch aufgeschrieben hatte. Vor allem Ndidi wäre noch interessant, aber ich glaube, die sind ja momentan sowieso am Scouten, wenn ich das richtig verstehe. Also Spielerscouting, das will ich vielleicht auch noch ein bisschen abwarten. Und Dolberg war ja, glaube ich, meines Winsens auch noch dabei. Ich würde sagen, wir lassen jetzt einfach mal sausen die Woche, damit wir mal weiterkommen. Und dann schauen wir mal, was passiert einfach. Okay, also momentan war nichts. Es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt großartig Angebote gekommen wären oder sowas. Jetzt geht es hier um den Nationaltrainer. Billo, ich wollte Ihnen nur gratulieren und Ihnen für Ihren neuen Posten als Newcastle United Trainer alles Gute wünschen. Als Ihr Berater wird es nun auch zu meinen Aufgaben gehören, Ihnen die Chance zu verschaffen, neben Ihren Aufgaben für den Verein auch als Trainer einer Nationalmannschaft tätig zu werden. In den nächsten Monaten werden einige nationale Fußballverbände auf die Suche nach geeigneten Trainern gehen. Es ist also von großer Wichtigkeit, dass Sie bei dem neuen Posten klug und umsichtig agieren und sich profilieren, um so deren Interesse zu wecken. Bedenken Sie auch immer, dass Ihr Erfolg in der Liga mit Ihrem Verein ausschlaggebend dafür ist, welche Nationalmannschaften sich letztendlich für den Job für geeignet halten. Oder Sie letztendlich für den Job für geeignet halten. Beste Grüße, Dennis Grüne. Ja gut, ehrlich gesagt, interessiert mich das gerade nicht so. Ich werde im ersten Jahr wahrscheinlich gar keine Nationalmannschaft machen, weil ich einfach mich auf den Verein konzentrieren möchte. Aber ja, sei es drum. Es war jetzt ein bisschen dünn, was jetzt kam. Ich dachte, ich kriege vielleicht auch endlich mal ein Angebot für einen Spielerverkauf oder sowas. Aber sei es drum. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich für dieses letzte Spiel mal so ein bisschen rotiere, weil wir können uns, glaube ich, sogar eine Niederlage leisten und kommen trotzdem weiter. Deswegen, ich möchte auf jeden Fall gucken, dass ich alle die, die ein Pfähl nach oben haben, rausnehme. Also da können wir, ich weiß immer noch nicht, wie man den ausspricht, Las Celes vielleicht oder sowas oder Las Calas oder was ist denn das überhaupt für ein Land, wo der herkommt? Also England. Aber dann müsste es wahrscheinlich Las Calas oder sowas ausgesprochen werden. Ich bin nicht sicher. Ich wechsle ihn so oder so einfach mal ein. Hier vorne, ich hatte ja gesagt, dass ich immer dem Besten seinen Originalfuß gebe. Man kann natürlich auch mal gucken, wie er mit dem schwachen Fuß umgehen kann. Also er hat vier Sterne und Gale auch. Ja gut, dann ist es egal, dann kann ich es so belassen. Dann spielt es keine Rolle und dann bleibe ich bei meinem Schema. Das auf jeden Fall. Ja, der ZDM ist halt sowas. Der sollte auf jeden Fall raus. Ich glaube, er kann ZDM spielen. Dann darf er mal eine Partie machen. Der Zom ist eigentlich... Aber gucken wir mal ein bisschen weiter. Richie kann rein. Wundere mich gerade, dass Goufran gespielt hat. Und Richie noch gar nicht Pfeil nach oben hat. Also entweder der hat seinen Pfeil nach oben schon wieder verloren. Oder das weiß ich gar nicht mehr. Wie gesagt, es ist jetzt eine Woche her. Kann sein, dass Richie noch nicht gespielt hat. Oder dass er seinen Pfeil schon wieder verloren hat. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Könnte natürlich angehen. Wir gucken mal weiter. Wir brauchen noch einen Zom. Ja, da können wir die Arme mal nehmen. Und noch ein linkes Mittelfeld-Spielerchen brichten wir noch. Gute Frage. Was nehmen wir denn da? Was haben wir hier? Das ist nichts. Arons könnten wir nehmen. Auf jeden Fall. Dann darf der auch noch spielen. Jawohl. Auch ein Talent. Und auf der Bank werde ich auch schauen, dass ich hier noch ein bisschen rotiere. Da machen wir Anita rein. Auf jeden Fall. Ist auch nicht gerade ein männlich klingender Name. Ja. Ich weiß gar nicht. Haydn hatte ich den auf der Leihliste? Ich glaube, ja. Wir machen ihn trotzdem mal rein. Es geht mir auch einfach darum, dass es nicht eingewechselt wird. Egal. Also, ob ich jetzt da jemanden spielen lassen kann oder auf die Bank setze, der jetzt wirklich wichtig ist. Es geht mir eigentlich darum, die zu schützen, die schon Pfeil nach oben haben. Wie sieht es aus mit dem Torwart? Wir könnten mal Team Cruel auf die Bank setzen. Vielleicht kriegt er sogar einen Pfeil nach oben und sein Wert steigert sich dadurch. Was haben wir denn jetzt noch? Wir brüchten noch einen Verteidiger, den man auswechseln sollte. Wir haben ganz schön viele ZDMs hier drin stehen, obwohl die auch mehr als das können. Also, Callback kann auch ZM oder RV hier in dem Fall bei Anita. Ja, wir sollten dann ZOM und dann IV noch ausnehmen. Das weiß ich besonders nicht so genau, wie ich das machen sollte. Oder könnte. Schwierig langsam. Wir machen mal gut rein, obwohl wir denn eigentlich am Verkaufen sind. Vielleicht steigert es seinen Wert. Jetzt wird es langsam wirklich ein bisschen schwierig, da irgendwas noch reinzubringen. Wie gesagt, das ist auch alles, was hier rumliegt, glaube ich, auf der Transferliste. Obwohl bei Barlasser, ich weiß gar nicht genau. Ne, den habe ich, glaube ich, auch verkauft. Oder will ich ihn verkaufen. Äh, puh. Ja, weiß ich nicht. Machen wir halt mal Barlasser rein. Das ist einfach auch, wie gesagt, vielleicht so Wertsteigerung oder so. Ich glaube sowieso nicht, dass die großartig eingesetzt werden. Ja, so kann man es mal lassen. Die Rollenkapitän ist die Frage. Ich weiß nicht vom, ja, schwierig. Also, ich nehme meistens gerne jemanden, der ein bisschen ein gewisses Alter hat. Aber die Arme scheint da der Richtige zu sein. Da hat das, hoppala, da hat das Spiel schon den Richtigen ausgewählt. Freistöße. Ja gut, das hat mir ja schon klar, dass man da nicht wirklich... Aber Shelby, das habe ich ja gesagt, der kann es halbwegs. Gale, ja, wegen der Schusskraft vielleicht. Aber der EFE ist natürlich eine Katastrophe. Aber gut, von mir aus. Elfmeter, ja, meinetwegen. Es scheint auch das Richtige zu sein. Das macht das Spiel so ganz gut. Linke Ecke ist okay, glaube ich. Rechte Ecke auch. Das kann man so lassen, denke ich. Durchaus. Ja, doch. Also, ja, das würde ich sagen, belasse ich dabei. Deswegen können wir so auf jeden Fall dieses Friendly mal spielen. Das speicheln wir jetzt gleich mal. Also, das ist nicht dumm. Aber eine Sache, bevor ich jetzt das Friendly anpfeife, interessiert mich jetzt mal. Was war eigentlich mit Richie? Die hat Richie wirklich gar nicht gespielt. Weil Richie ist ja, wenn ich mir das so anschaue, eigentlich fast schon gesetzt auf der rechten Seite. Ich wüsste gar nicht unbedingt. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ach, Tauwin oder Tauwa, wie man ausspricht, gab es ja noch. Genau. Vielleicht habe ich ihn auch einfach übersehen. Also, kann natürlich sein. Ich gucke mal, ob er gespielt hat. Das sieht man ja in näherter Weise beim FIFA 17. Wo ist er denn? Richie? Da? Nee, also er hat tatsächlich auch das Friendly nicht gespielt. Komisch. Ja, nun. Dann soll er es jetzt machen. Also, kann ja eigentlich nicht schief gehen. Jetzt gucken wir mal. Ich meine, wir können uns einen Unentschieden oder Niederlage leisten. Sein muss es natürlich trotzdem nicht. Denn je besser, desto mehr Form. Also, das wollen wir ja haben. Speziell 1 zu 0 wäre halt wieder interessant. Aber bisher lief es ja perfekt. Wir haben noch nicht ein Gegentor bekommen. Ich hoffe, das bleibt so. Jetzt schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Und hey, Donnarumma macht sein erstes Spiel für uns. Eine abgefahrene Rückennummer. Die hat er aber in Wirklichkeit auch. Mal schauen, wie es läuft. 2 zu 0 wäre natürlich geil, weil Donnarumma soll ja mein Stammtorhüter werden. Ja. Okay, da verletzt sich einer. Okay, 1 zu 0 für uns. Doch, Arons. Das ist schon mal schön. Es wäre ja schon abgefahren, wenn das wirklich wieder irgendwie, aber wer weiß. Ich wollte sagen, wenn es wieder zu 0 läuft, aber es ist noch nicht so weit. Gut, wird ein bisschen gewechselt. 2 zu 0. Es wäre ja schon wieder das perfekte. Ah! 2 zu 1. Schade. Das wird dem Torwart jetzt nicht so gefallen. Aber es ist der dritte Sieg. Also, das war unser erstes Gegentor. Haidara und Arons haben ein Tor gemacht. Kann man also nicht meckern. Wir haben schon wieder gewonnen. Der Abwehr wird das eine Tor wahrscheinlich jetzt nicht so schmecken. Ich glaube aber auch nicht, dass sie großartig abgewertet werden. Aber es waren jetzt auch nicht großartig Aufwertungen. Die beiden Stürmer, Gail und Mitrovic, sind auf jeden Fall aufgewertet worden. Und Haidara wegen dem Tor. Der Rest, seht ihr ja selber, war nichts Besonderes. Schade, aber was nicht ist, kann noch werden. Obwohl ich im nächsten Spiel aufpassen muss. Ich möchte nur sehr ungern rausfliegen. Das ist das Problem. Wir schauen mal, was wir in der Post haben. Okay, die lehnen ab. Schade, aber puh, die wollen 16-5. Das schätze ich ein bisschen hoch ein, finde ich. Äh, schwierig. Ja nun, 10 habe ich schon geboten. Ich meine, das ist natürlich ein hammermäßiges Talent. Also, aber gut. 12 würde ich vielleicht noch ja sagen oder so. Ich will jetzt nicht ewig rumhandeln, dass ich jetzt probiere mal 12. Aber viel mehr würde ich glaube ich nicht zahlen. Das wird auch langsam zu teuer für uns. So viel Geld haben wir nicht. Wir probieren mal 12, hätte ich gesagt. Aber, ähm, naja. Also mehr möchte ich nicht zahlen, aber 12 ist doch akzeptabel. Und seht ihr, das habe ich gemeint. Wir sind jetzt, wir haben die Vorrunde überstanden. Und wir haben immerhin 1,3 Millionen bekommen dafür, dass wir, ähm, die Vorrunde dieses, ähm, ja, International, European International Cups überstanden haben. Das finde ich gar nicht schlecht. Also für ein Freundschaftsspiel 1,3 Millionen, das lässt sich doch anschauen. Also meines Erachtens. Das ist doch nichts, was man sich beschweren kann. Ich denke, wir können die Trainings noch auf jeden Fall mitnehmen in dieser Folge. Das machen wir auch. Da gucken wir mal, was wir da so raushauen können. Wir machen gleich nochmal ein bisschen Donnarumma, würde ich sagen. Das hatten wir meines Wissens auch gemacht, beim ersten Mal. Ähm, ähm, ja, ich bin für das hier. Komm, hau mal ein gutes Training raus, bitte. So ein A wäre doch mal geil. Ah, B nehme ich auch. Wer weiß, also er steht dicht vor einer Aufwertung, glaube ich. Ähm, was haben wir denn noch? Was könnte ich denn versuchen? Wer hat denn noch nicht trainiert? Gute Leute haben wir ja überall. Wir können auch mal den Stammspieler Games versuchen. Weiß nicht, jetzt kann ich mich nicht so richtig entscheiden. Oder Lazara, das ist ja auch jemand, der gefördert werden könnte. Ich glaube, der durfte noch gar nicht. Ich glaube, den mache ich mal. Nehmen wir einfach mal das da. Wieder B. Auch damit kann ich leben. Gehen wir mal in die Innenverteidigung, würde ich sagen. Ähm, na gut. Mein Mbemba steht kurz vor der Aufwertung. Zumindest verstehe ich das so mit diesem blauen Balken. Korrigiert mich, wenn ich falsch lege. Also, eigentlich wäre ich fast dafür, mal Mbemba zu fördern, auch wenn er etwas älter ist. Aber das sieht ja fast aus, als ist er kurz vor der Aufwertung. Aber einen guten ZDM können wir brauchen. Ähm. Ist doch ein ZDM, oder? Ich glaube schon, also. Oder war es jetzt Innenverteidiger? Ich meine, hier steht zwar Innenverteidiger, aber das muss nichts heißen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß noch, dass mir, oder das war, glaube ich, Thiote, glaube ich, gell? Thiote war das, glaube ich, der im ZDM spielt. Ich habe die zwei jetzt verwechselt. D ist leider auch nicht so krass. Jetzt weiß ich gar nicht, ob er die Aufwertung geschafft hat. Ähm, ja, Thiote habe ich gemeint. Die zwei habe ich jetzt verwechselt. Aber ist ja nicht so schlimm. Was haben wir denn noch hier? Können wir Shelby nehmen. Oder Shelby. Vielleicht macht da Thiote ein bisschen Konkurrenz, weil Thiote ist also schon recht alt. Also der ist, glaube ich, was war er jetzt? 31, 32. Auf jeden Fall schon recht alt, muss ich sagen. Zumindest als Fußballer. Wenn er da abgelöst werden würde, wäre es mir lieber. Ah, D ist jetzt überschaubar, gut. Eins haben wir noch. Machen wir noch einen Stürmer. Ich glaube, da fördern wir weiter Mitrovic. Das ist ja unser 21-Jähriger. Ich bin dafür, dass wir dem weiter Gas geben. Machen wir mal das. Wieder D. Okay. Okay, da war eine Aufwertung, habt ihr gesehen. Bei weit, Tschüssi. Wer weiß, ob das vielleicht ihn sogar insgesamt nach oben gebracht hat. Wir könnten ja mal nachschauen. Interessiert mich. Weil Aufwertungen oder sowas ist jetzt eigentlich noch gar nicht wirklich gewesen. Gut, Cruel ist unglücklich, das ist klar, weil ich ihn versucht habe zu verkaufen. Ich bin ja mal gespannt. Ich habe noch keinerlei Angebote bekommen für die Leute, die ich jetzt verkaufen möchte. Ich hoffe, das passiert noch. Ne, im Bember war er ist 21. Also den gilt es auf jeden Fall zu fördern. Das ist ein tolles Talent, muss ich sagen. 21, 77er Stärke. Das ist ein tolles Talent. Das ist richtig schön. Macht Spaß auf jeden Fall. Was war eigentlich mit ihm, wenn ich fragen darf? Achso, ich wollte ihn verkaufen. Okay. Wie gesagt, ihr müsst entschuldigen. Ich muss mich ein bisschen reinfuchsen. Den hatte ich auf jeden Fall vor zu verkaufen. Okay. Ne, also ich sehe jetzt auf Anhieb keine Aufwertungen oder ähnliches. Nicht wirklich, also. Bisher nichts passiert, schade eigentlich. Aber das kommt sicher noch. Okay. Was gibt es sonst noch zu tun? Was sagen die Verträge? Gab es da noch irgendwas, was wichtig wäre oder nicht? Weil ich wollte ja nicht alle auf einmal machen, soweit ich weiß. Diese Anita war doch auch noch nicht so alt, oder? Obwohl das ging. Aber ein Jahr ist natürlich ein bisschen dünn, oder? Also vielleicht sollte ich mal versuchen, ob ich den nicht mal... Gut, der will halt dann gleich 45.000, aber ein Jahr ist halt blöd. Wir verlängern mal für zwei Jahre. Wir können ja mal ein bisschen zocken, oder wie man sagen will. Wir können ihm ja mal 40.000 oder so anbieten. Vielleicht ist er damit ja auch zufrieden. Aber wichtiger Stammspieler, auch das kann ich ihm nicht sagen. Boah, schwierig. Rotationsspieler im besten Fall. Ja, dann geben wir eben halt die 45, sagen wir es mal so, machen wir es auf die Weise. Aber dann nur Rotationsspieler. Achso, ich kann schon gar nicht mehr. Oh, ja, 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 ja. Ja, dann lasse ich das erstmal. Ich glaube, mein Gehaltsbudget ist gerade ein bisschen dünn. Dann muss ich das lassen. Ich muss ja, wenn es klappt, auch Rashford und so jemanden verpflichten. Dann lasse ich das besser erstmal. Was haben wir denn überhaupt für Gegner bekommen jetzt, also in diesem Cup? Also was ist da jetzt? Steht das hier irgendwo? Ne, die Euroleague wollen wir ja nicht sehen. Olympique Marseille im Halbfinale, alles klar. Okay, heftig. Wer aber weiß, ob wir das schaffen, das erscheint mir etwa, das sind auch die Top-Transfers. Das erscheint mir auch ziemlich, oh, nicht einfach. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Die anderen Mannschaften fangen jetzt auch mal an, so ein bisschen zu transferieren. Mertens ging von Neapel nach Manchester City. Krasser Trade, also Transfer. Heftig, heftig, heftig. Das ist schon einer von den größeren, würde ich sagen, Kalibern. Da macht sich City dann deutlich stärker. Ja, nicht verkehrt. Also nicht verkehrt. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, für diese Folge war es das jetzt aber erstmal. Und in der nächsten Folge schauen wir mal weiter. Dann kommt die weitere Wochenberechnung und das Spiel gegen Marseille. Okay, und ja, da sehen wir uns dann wieder. Und bis dahin. Tschüss.